Auch Bäume haben wir hier. Was wir jetzt nicht haben, ist natürlich, wenn wir die Bühne wieder so versauen, die hauen uns den Fakt voll her. Letztens waren da so viele Bühne, bis wir drei Tage lang wischen. Hast du Angst? Nein, Gott sei Dank. Hast du dich schon mal mit der Angst umgehen sehen? Daraufhin hätte ich Angst. Ich hab ne Idee. So, schön auf der Folie bleiben, dass du das Blut nicht so spritzt. Nee, 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 nee. So, ja, das Blutspitze hat ihre schon gebraucht und dann ist das. Ich muss ja wissen, was das in den Steinen draufschreibt. Hier liegt Fiete. War so doof, beim Messerzimmer mitzumachen. Wo sind meine Messerzimmer hier? Ja, da ging eins zum besagten Baum und fällt in den Baum mit drei gewaltigen Schlägen. Eins, zwei, beim dritten Schlag fiel der Baum mit Donnergedöse zu Boden und in seinen Wurzeln da fand unser Klaus eine gar goldene Forelle. Er nahm die goldene Forelle, sprang von Freude hoch in die Luft, denn jetzt war er reich. Der Baum kann gehen. Vor lauter Freude warf er seine Axt ins Gebüsch und machte sich auf den Weg nach Hause. Aber es war schon sehr spät und es wurde auch langsam dunkel und der Weg nach Haus war lang. Und so machte er rast in einem Wirtshaus und in diesem Wirtshaus, da gab es einen Wirt. Seinen Wirt einer ganz besonderen Art. Ich weiß nicht, wie ich es zu Recht beschreiben soll. Ich kann euch sagen, wie er aussagt. Ausgesehen hat er ungefähr so. Und das war sein Wirt einer ganz besonderen Art. Ihr sollt euch nicht von den Treppen setzen, ich lasse euch drehen. Ja, das war so ein Wirt, der ganz besonderen Art. Der konnte so mein und dein nicht so richtig auseinander halten, ja. Schrieb auch gerne mal mit Doppel der Kreide, das kennt ihr ja alles, ne. So einer war das. Und zudem kam unser Klaus in die Gatsche. Wo soll ich jetzt hin? Und der Wirt guckte mit seinen kleinen Schweizergäden gierig auf die goldene Vorhalle. Ohhhh! Da hab ich wohl heller gern ein Stück gehabt gehabt. Ich hab die Schweizer oder die Flosse, vielleicht auch die ganze, ja. Aber unser Klaus passte gut auf. Und ein alter Nachts in Bettelag, seine goldene Vorhalle wohnt unter dem Kopf vor Ort. Da schlägt sich unser Wirt ganz leise die Treppe hinauf. Fertig! Öffnet vorsichtig die Kammer, siehre. Die ging auch schon was. Aber du musst doch wissen, wie es da jetzt selber aussieht. Zug die goldene Vorhalle den Klaus unter dem Kopf weg. Sonst muss er nicht was weg. Ach! Aber unser Klaus macht auf. Da drehen wir siehre los. Herr mit meine... Oh, ich kann nicht wieder hochkommst. Mein Gott, hab ich den Westerkarten. Aber der Wirt versteckt und die Forelle hinter seinem Rücken. All those heaven and things, ja. Und ob der Wirt wollte oder nicht, die Forelle wanderte in die Hände von Klaus. Und der konnte auch nicht loswerden. Der klebte an dem Vieh wie Pech und Schwefel. Er zog und zog und zog. Aber der klebte fest. Jetzt wird unser Wirt Himmel Angst. Er schrie nach seinen beiden hässlichen Töchtern. Hallo. Hilfe. Er schrie nach seinen beiden hässlichen Töchtern. Kommt her. Alles musst du dir selber machen. Also erst noch der einen. Und dann nach der anderen. Ja, da klebte ich jetzt wohl. Ihr sollt von der Treppe weggehen. Nein, Gott, du meinst, das ist so schwer. Die kamen mit ihrem Vater zu Hilfe. Sie zog an ihn und zog und zog. Aber, ha, die klebten genau so fest wie ihr Vater vorher. Das war ein Gebrüll in dem Haus. Alle riefen um Hilfe. 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 Und just, just in diesem Moment, just in diesem Moment kam der Herold des Königs. Und der Herold des Königs hatte folgendes zu verkünschen. Und warte mal, warte mal, warte mal, nicht so, ne, Deutschland scheiße. So auch nicht. Und so der Recht ist, das ist korrekt, ja. Volk heret. Volk heret. Unser glorreicher Landesherr. Unser glorreicher Handlungsherr. Nicht, nicht handelter Landesherr. Landesherr, Entschuldigung. Der König, der König, hat eine Tochter. Hat eine Tochter. Namentlich die Prinzessin. Namentlich die Prinzessin. Die schon seit Jahren Tag nicht mehr gelacht hat. Die schon ewig nicht mehr gelacht hat. Ist das so schwer? Die schon seit Jahr und Tag nicht mehr gelacht hat. Die schon seit Jahr und Tag nicht mehr gelacht hat. Und so verspricht unser glorreicher Landesherr. Unterspricht unser glorreicher Handlungsherr. Der König. Der König. Der König. Haben wir noch fast viel geschluckt haben. Ich rede doch nicht. Nein, nein. Wie ihr Kinder wissen. Demjenigen seine Tochter, Frau. Demjenigen seine Tochter, Frau. Und das halbe Königreich. Das halbe Königreich. Der es vermag. Der es vermag. Die Prinzessin zum Lachen zu bringen. Die Prinzessin zum Lachen zu bringen. So sprach der Herold. So sprach der Herold. Ich habe aber noch viel anderes, Herr Gott, sehen. Ja. Das hört nach uns die beiden tunig gute Hinz und Kunz. So lange hängt da alle dran. Nicht die Hände in die Tasche. Der Herrgott sieht alles. Ich setze es mal hierher. Unbeschlossen. Ein halbes Königreich. Und eine Prinzessin. Da haben wir ja nie wieder Arbeit. Macht nicht die beiden tunig gute. Das habe ich mir gedacht. Macht nicht die beiden tunig gute Hinz und Kunz auf den Weg ins Schloss. Wo da saß unser König. Unser König, König, König. Das ist ein König. Ja, was ist das? Damit wir den nicht mit seiner Tochter verwechseln, habe ich doch mal was vorbereitet. Wo da saß unser König und seine Tochter, die Prinzessin, die schon sein Jahr und Tag nicht mehr gelacht hat. Lass mich mal hier durch. Lass mich mal hier durch. Lass mich mal hier durch. Ich hab da mal was vorbereitet. Nicht, dass sie die Prinzessin mit ihrem Vater verwechselt. Ups. Passt. Passt. Ja, die beiden tun nicht gute Hits und Kunst, stolperten in den Thronsaal und versuchen, die Prinzessin zu lachen. Der Hint, der schrank und quagten wie ein Frosch. Was hat denn hier in Rostock für Frösche? Wie soll ich mal wieder zugehen? Aber die Prinzessin lacht gelassen. Und so versuchten, der kurz ein Rad zu schlagen. Ich dachte nicht, dass der Hint, der versucht ist. Aber die Prinzessin lachte nicht. Und so schnitten die beiden gehaltsätzliche Grimassen. Aber die Prinzessin lachte nicht. Jetzt bekam der König schon den Hals. Der rief seinen Herold und der mussten die beiden aus dem Thronsaal prügeln. Oh mein Gott, ist das der Herold oder dein Nachtwälder? Raus! Jo, die guckt dann jetzt erst die Stadt verlassen, ja? Ja, unser Klaus hatte die gute Nachricht auch gehört. Was hat sich Spaß denn? Die Prinzessin, die nicht lachen kann? Ja, das gibt's doch gar nicht. Nee. Okay. Er nahmte, jammerte Würzler, seine goldene Forelle, stimmte ein fröhliches Liedlein an und wanderte zum Schloss. Halb unterwegs rief er noch einen Bauern, der gerade auf den Feld, die letzten Feldstrüchte einbrachte. Und weil das wird zwar gar so jammerte und um Hilfe schrie, hatte der Bauer Mitleid, wollte denen helfen, kam angerannt, du klebst am falschen, ja? Und blieb ebenfalls kleben. Ja, ja. Jetzt wurde unsere Bauern hin, die Angst, der schrie nach seiner Magd. Magd, Hilfe! Jetzt kannst du kommen. Die versuchte ihren Herzen von der Forelle, und blieb aber auch mitkleben, und so wurde er zugekommen, länger und länger und länger. Dann ging's den Burgberg hoch. Unser Klaus natschte mit dem jammerten Jammert, den Volk! In den Thronsaal. Und wir, wie unsere Prinzessin, die Klaus zwar mit seinem fröhlichen Lied auf den Lippen und dem jammerten Volk hinterell, da mussten sie lachen. Die lachte, dass es den ganzen Schuss zu hören war. Hallo! Und auch der König freut sich gar sehr. Er konnte seine Freunde gar nicht so verbergen, ja. Er machte sein Versprechen wahr. Er gab den Klaus seine Tochter. Oh, hat sie keine Tochter. Sie ist ja tot. Er gab den Klaus seine Tochter. Und da packen sie mich nicht so einfach mit. Sie sagen, ich bin tot. Meine Tochter zur Frau. Das Volk wurde von der Forelle erlöst. Die Forelle wanderten die Hände nicht mehr, es war zählerst. Der König sagte ich, ach was, da ist fast mein Heiliges Königreich. Ich gebe dir die andere Hälfte auch noch. Ich, ich gehe jetzt in Rente. Ich mache Urlaub in Malle. Ja, das Königreich. Tschüss! Ja? Und so wurde aus unserem Klaus, aus unserem Schussjöne, der König des ganzen Landes. Und ich weiß nicht, wie viele Zwerge er noch gemacht hat, aber er reagierte, reagierte noch lange, glücklich und zufrieden, bis ans Ende seiner Tage. Er schenkte die Stahl. Das war noch was. Also wie gesagt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute. Das waren die Geschichten von der Goldenen Forelle. Wem es gefallen hat, dann wird dann Leute Fandeklappen zum Himmel geben. Klappen zu den vielen Märchen, die hier bei euch gespielt haben. Und kommt alle wieder, wenn es irgendwo auf dieser Welt heißt, Märchenzeit mit Wolken. Applaus